Die Beate haben Sie gerade gesehen und jetzt kommen noch unsere beiden Jungs dazu. Und wir haben gedacht, wir würden schon mal zwei Stück haben, anstatt dass wir sie zusammen Bier trinken lassen oder Bundesliga gucken oder, was weiß ich, Führze anzünden. Oder was Männer halt so zusammen machen. Lassen wir sie mal zusammen singen. Das ist aber ganz was Neues. Das machen sie sonst nur in der Cannestatter Kurve. Und gar nicht mal so schön dann normalerweise, aber die machen das jetzt richtig klasse. Zwei super Sänger. Sie werden zusammen ein Lied singen, bekannt geworden durch Michael Bublé in letzter Zeit. Feeling good. Musik. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Applaus 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 Vielen Dank.